SWR Fernsehen, am besten Südwesten. Willkommen zur Landesschau, aktuell um 18 Uhr. Guten Abend. In Köln ist am Nachmittag der Bundesparteitag der CDU zu Ende gegangen. Zum Abschluss würde über die Forderung der rheinland-pfälzischen CDU-Chefin Klöckner nach einem Burka-Verbot diskutiert. Damit hatte sie in den vergangenen Tagen eine bundesweite Debatte ausgelöst. Zu einem gemeinsamen Entschluss kam die CDU am Ende aber nicht. Erstmal ein schnelles Gruppenselfie. So sehen Sieger aus am Tag nach der Wahl.